Es ist normal, dass sich Kinder von Zeit zu Zeit daneben benehmen. Ursache kann Müdigkeit, Hunger oder einfach nur das Erforschen der eigenen Unabhängigkeit sein. Das kann natürlich frustrierend sein, aber sie können auch viel tun, um die Kinder zu ermutigen, sich gut zu benehmen. Erstens, wenn Ihr Kind anfängt, unruhig zu werden, versuchen Sie es abzulenken, indem Sie ein lustiges Spiel oder eine interessante Aktivität vorschlagen, um es zu unterhalten. Wenn Ihr Baby zum Beispiel anfängt zu krabbeln oder zu laufen, können Sie es versuchen abzulenken, indem Sie es auf den Arm nehmen und seine Aufmerksamkeit auf etwas anderes lenken, das es vielleicht interessanter findet. Und zweitens, wenn Ihr Kind fordernd ist oder sich schlecht benimmt, vermeiden Sie es, negativ zu sein und ermutigen Sie es stattdessen zu einem positiveren Verhalten. Anstatt zum Beispiel zu sagen, hör auf, im Haus herumzurennen, könnten Sie sagen, denk daran, im Haus langsam zu gehen. Denken Sie daran, wenn Ihr Kind anfängt, sich schlecht zu benehmen, versuchen Sie zuerst, ein paar Atemzüge zu machen, damit Sie ruhiger reagieren können.